Willkommen bei zur Vorschau. In diesem Video besprechen wir den die besten Lawinenschaufeln im Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen die besten Lawinenschaufeln im Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Navaris Lawinenschaufel mit. Die Navaris Lawinenschaufel ist sehr preiswert, aber dennoch von guter Qualität. Sie ist perfekt für die Schneeräumung von Treppen, Gehwegen und Einfahrten. Die Länge kann mit dem Teleskop still auf 66 oder 80 cm eingestellt werden, je nach Bedarf und Körpergröße. Das ist sehr entspannend für den Rücken. Außerdem ist die Schaufel mit einem Gewicht von nur 580 g sehr leicht. Die Schneeschaufel kann in drei kleine Teile zerlegt werden, um sie einfach zu transportieren und in einem Rucksack oder im Auto zu verstauen. Eine kleine Reisetasche ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten, um die Schaufel sicher aufzubewahren. Umzug auf Nummer 4, haben wir die Ortofox Schaufelsonde. Eine gute Alternative ist die Ortofox Lawinenschaufel. Die nur 625 g schwere Schneeschaufel besteht aus hochwertigem Aluminium, was sie nicht nur leicht, sondern auch langlebig und wetterfest macht. Der Griff kann zum bequemen Transport abgenommen werden, allerdings lässt sich die Länge nicht verstellen, was im Vergleich zum Testsieger ein Nachteil ist. Die Ortofox Schneeschaufel ist ideal für unterwegs, im Auto oder zu Hause zum Schneeschaufeln. Was den Preis angeht, ist die Schaufel wirklich erschwingt. Auf Platz 3, haben wir die Mammut Bala Alucatolite. Die Mammut Lawinenschaufel hat im Test hervorragend abgeschnitten. Die Alucatolite zeichnet sich durch ihr geringes Gewicht bei gleichzeitig starker und langlebiger Konstruktion aus. Die Schneeschaufeln von Mammut gibt es in vier leuchtenden Farben, die sich abheben. So sind sie auch im Tiefschnee gut sichtbar und können nicht übersehen werden. Die Lawinenschaufel besteht vollständig aus Aluminium, das Schaufelblatt ist gehärtet und mit Stabilisierungsrippen versehen. Diese Lawinenschaufel ist unglaublich widerstandsfähig und zerbricht aufgrund ihrer Konstruktion nicht so leicht. Umzug auf Nummer 2, haben wir die Schneeschaufel, Giford einziehbare. Die Giford Schneeschaufel ist ein multifunktionales Werkzeug. Egal, ob Sie eine Notfallschaufel in Ihrem Auto benötigen, um Dreck, Müll oder Schnee von Gehwegen, Treppen oder der Einfahrt zu entfernen. Die kleine und praktische Schaufel ist eine großartige Ergänzung für jeden Ausflug ins Freie. Ihre Teilbarkeit ist äußerst nützlich. Jedes der drei Teile hat eine maximale Länge von 35 cm. Um Platz zu sparen, kann sie im Kofferraum oder in der Abstellkammer zu Hause verstaut werden. Die Länge des Schaufelstiels kann zwischen 54 und 82 cm eingestellt werden. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Ineträts dreiteilige. Eine hochwertige und langlebige Aluminium Lawinenschaufel ist bei Ineträts erhältlich. Sie ist ideal für Camping, Reisen und die Schneeräumung zu Hause, aber auch für Bergabenteuer. Schnee, Matsch und Eis können einfach von Treppenhäusern, Wegen und Straßen entfernt werden. Man kann sie auch verwenden, um ein liegen gebliebenes Auto aus dem Schnee zu befreien. Da die Schaufel für den Transport in drei Teile zerlegt werden kann, ist eine Aufbewahrungstasche für die verschiedenen Teile im Lieferumfang enthalten. Die Länge kann je nach Bedarf auf 65 oder 80 cm angepasst werden. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.